Auch klar. So, da vorne ist noch Rotblatt. Holz haben wir hier auch noch. Äh, jetzt nur ein Braunbär. Die Bienen nehmen wir mit. Da läuft auch nur ein Braunbär. Aber hier ist noch Rotblatt. Was haben wir da? Ne, Ziege, ne? Dorf, kann ich übrigens bauen. Ah, okay. Ich hab genug Höhlenbärfälle. Erstmal für die Hütte. Das ist schonmal gut. Und dann brauchte ich dann noch, um irgendetwas machen zu können. Von ihm. Hier, das brauchte ich. Auch Höhlenbär. Bombengööl. Dafür brauchte ich auch noch Höhlenbärfälle. Das heißt, ich brauch immer noch drei. Da ist auch einer. Moment. Fähigkeiten. Da hat auch hier irgendwas mit mehr Häuten. Hab ich doch immer gesehen. Die Höhlenbärfälle. So. Gehen wir da auch direkt auf mehr Häute von den Bären. Oder hab ich jetzt nur von den Tierhäuten mehr bekommen. Kann ich denn nachschauen? Ja. Fähigkeiten. Heute finde. Beim Häuten der meisten Tiere. Zwei Tiere. Fette und zwei Tiere heute. Achso. Beste wiederbeleben. Für die Wiederbelebung deiner gezähmten Beste werden... Oh, das brauch ich. Das brauch ich dringend. Rohstoffe. Ja. Da werde ich mich auch mit als nächstes darauf konzentrieren. Was habe ich noch? Leiser Sprint. Endloser Sprint. Das wäre auch nicht verkehrt. Ähm. Decklautchen mache ich nie. Tier verwunden. Erhöht den Schaden. Deine Waffe bei den Tieren anrichten. Deine Waffen. Also alle. Das kann ich auch irgendwann mal... Ja klar, so viel was man hier eigentlich machen könnte. Ich sehe gerade... Bei ihm haben wir auch noch gar nichts gemacht. Reduzierter Nachkampfschaden. Das ist absolut nicht verkehrt. Dann nochmal. Und Heilung. Da sollte ich mich auch mal ein bisschen auf fokussieren. Ich glaube sogar noch eher als auf die Häute. Hm. Naja. Auf die ist viele. Da habe ich jetzt keine Lust. Wir haben... Höhlenbeer? Ja, ist ein Höhlenbeer. Und wieder feige Venjas. Kopfschuss. Ne, nicht reiten. Mann. Ich will hier die Höhlenbeeren hier haben. Ich glaube ich hole mir erstmal das Rotblatt hier oben. Und da war noch irgendwo Holz. Sogar noch irgendwo... Da ist es. Gut. Da dreht sich auch noch Bienenwachs. Ah. Blöde Ziege. Ah. Blöde Ziege. So. Bienenwachs. Okay. Habe ich auch voll. Holz habe ich auch voll. Und Rotblatt. Ähm. Ups. Das wollte ich gerade nicht. Aber. Egal. Gut. Dann gehen wir hier wagen. Ah. Karte, Karte. Hier haben wir alles. Und hier will ich denn. Wow. Autsch. Na komm. Ein Grabmal. Hm. Wo ist denn das Grabmal? Ist ja nichts. Oder ist das hier? Ah ja. Das wird das hier sein. Ah. Bödes. Na so. Na so. Ich werdeawaß das mit einfach um. Holhaar na soren. Also da na so leute. Hätte ich jetzt einige. Ob wir noch das Grabmal hier anschau'n. Achso. So eins hatten wir eben schonmal. Bluton, wie siehst du eigentlich aus? Boah, das war's dann auch. So. Da ist wieder Rotblatt. Ach, Rotblatt haben wir auch voll. Das ist auch eine Seltenheit. Dass ich das mal voll habe. Ja, dann kann ich mich ja eigentlich recht gut hier auf die Mission konzentrieren. Was ist das hier? Ja, das ist ein Venja. Das ist auch Venja. Ah, das ist schon ganz schön verbreitet hier. So. Ah, wisst du, jetzt muss ich denen da helfen. Na gut. Machen wir das mal. Ich komme da doch nicht drauf. Na egal. Brauche ich anscheinend auch gar nicht. Bluton, komm mal her. Jetzt soll ich mich nochmal heilen. Wo ist er? Wo ist er? Da. Tja, wenn ihr von mir weglauft, müsst ihr damit rechnen, dass er einen Fein in den Arsch kriegt. Kannst du von hin gucken, wo der ihn anläuft. So. Ist voll easy mode hier. Ah, wo sind sie? Da. Hey. Wo ist sie denn? Hier ist die Action. So. So. Irgendwie kommt da nix mehr. Ah doch, da vorne sind welche. Da kommt sogar ein Bär dahinten. Blutfang, komm. Blutfang, bleibst du hier. Hey, Blutfang. Ich will dich füttern. Jetzt aber. Ich glaube, die Venja da oben haben noch gar nix zu tun gehabt. Jetzt haben wir auch mal was zu tun. Einer ist mir durch die Lappen gekommen. Und der bringt uns wahrscheinlich alle um. Ne. Doch nicht. Das wäre jetzt aber so typisch gewesen. So. Weg ist er. No. Haben wir hier noch ein bisschen was zum einsamen. genau werdet ihr wohl alleine schaffen und alle verteidigt kann ja weitergehen das ist nur normaler braun bär den brauchen wir nicht so wie ich jetzt wieder fähigkeitspunkte ja ich brauche aber zwei das mache ich mal mit dem nahkampf schaden dann halte ich auch mal ein bisschen mehr aus hier war ziemlich tot aus der ich ja auch so ein bisschen komisch diese menge tote elche hier ist ein licht mit munition aus kann ein bisschen wieder nachbauen das müssen wir angreifen hier kannst du nach haus schicken wir mal unsere eule vor sehen wir was wir hier so finden sieht auf jeden fall nicht gerade klein aus da ist unser ziel machen die denn da ein opfer fest sieht mir ganz danach aus als würden die da einen opfern wow olle 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 flieg zur seite so jetzt aber tatsächlich ja das ist ein bisschen was hier verdammt können wir was ausprobieren damit ähm dreieck und x das versuchen wir mal mal gespannt was da passiert wenn wir jetzt da irgendwie so so ein dinge auf die abwerfen die haben keine ahnung was hier abgeht na wollen wir mal ein paar Bienen oje ok jetzt haben wir da was in gang gesetzt wir sollten uns beeilen hat auf jeden Fall funktioniert mit der eule also hier vor weil da müssen wir ja anscheinend hin da rennt auch ganz einer vor uns weg so du wirst sterben man so ok der ist noch tot so noch so einer so verflucht die Typen halten einfach zu viel aus yo ey 10 km reichweite mit seinen scheiss Keule warum verreckt der Typ einfach nicht so jetzt endlich so hier müssen wir hin so weiß ich nicht ja blutfang blutfang hier erstmal heilen halt auf immer meinen blutfang abzufackeln blutfang äh blutfang komm her ja leider nicht leider nicht hey boah der Typ lebt ja immer noch blutfang so schnell blutfang geizen so schnell blutfang geizen so einer weniger noch einer weniger wow wow ich sollte mich heilen keine ahnung wo der ganze damage gerade her kam blutfang hier sollte ich auch mal lieber heilen so so haben sie den Typen jetzt hier geopfert wo ist die wo ist die hey so gut da ist aber irgendwo noch einer hier da war doch wieder so ein über mensch gut haben wir alle bei ich das kann das tut so das ist Ich will die Ich will die Sante Dachai Magam Santa Isila Sushdugishtaris Ba Dari Sushalhain Winja Dagwarsh No Sushalhain Guana PURKALASH Winja PURKALASH Dachai Dahata Kutichustor Dachisla PURKALASH Dachisla Dachaita Uno Guash Guash Tiwinja Mimguama Winja Wasta Oh, mal wieder einen Gefangenen Diesmal in Isila Hab ich schon mitgerechnet Das war jetzt so mit dem Uda mit dem Um Ne, Dan Dan heißt er, ja Ähm Da so Das Symbol war Mal gespannt Jetzt kriegen wir doch noch Feuerbomben Dann können wir von der Eule auch Bomben werfen Also Feuerbomben Quaischwadar Chagwaifa Isila Pasti Na Schwadar Hatham Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Doch, wir sind beim Dorf Machen wir direkt mal die Mission von ihm Und ZEF Tiewalkauf Hinsu Fumai Gah À Aishim Laushta Mutisaku Schwenja Wal Kau Hi Geh, 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 Geh! zu Gaujata Mauer 2 schießt zu machen du musst erst mal unser Vertrauen erwerben auch mal unseren Udam-Freund wenn mich so ein bisschen wundert ist, dass der so weit außerhalb ist Udan haben wir in der Höhle eingesperrt der ist jetzt ganz schön vom Schuss